Hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3Way TV, hier ist mit Alberto Panebianco, Sieger der Rookie Trophy. Congratulations für Ihr Winn in der Rookie Trophy. Wie fühlt ihr euch? Danke, Nina. Hi, everyone. Es fühlt sich gut, einfach gut, einfach gut. Es war ein schwieriger Weekend. Alles, was falsch war, ging es falsch, in einer Weise. So, heute, insbesondere, habe ich meinen Geer-Liever verloren. Okay. Die Fahrt war in der ersten Geer-Liever, und, ja, ich denke, mein Herz hat einfach nicht gebeten, weil, wie ein Team, wir arbeiten so hart, um diesen Trophy zu bekommen. Und, ja, ich fühlte mich, dass es aus meiner Hand ist, dass es nichts, was ich tun konnte. Ja. Ich versuchte, um die Geer-Liever mit meinen Handen zu ändern, aber es gab keinen Weg, um das zu tun zu tun. Und, ja, ich bin in der Pizze, die Leute, die Fahrt verletzten, mich zurück in der dritte Geer-Liever, und ich konnte, um die Räste zu Ende, was alles, was ich tun wollte. Und dann habe ich die Punkte, und ich, und dann habe ich wieder angefangen, also, ja, es war ein schwieriger Weekend, aber die Übercome, für sicherlich, ist es großartig, es ist großartig. Ich fühle mich großartig, keine Worte zu sagen. So, wir wollen nicht dich stoppen, von zu feiern, also, einfach genießen, und wir sehen uns in der nächsten Saison. Ja. Ich arbeite, ich hoffe wirklich, mit dem Titel, ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr Geld bekommen kann. Und, für sicher, das Ziel für das nächste Jahr. Ja. 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 Jeder weiß, dass ich in der Kampf bin, also wir werden hart arbeiten und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr auf dem Block sein werde und vielleicht für die Championship zu kämpfen, warum nicht? Okay, wir werden unsere Fingers crossed für dich und hoffen, dass wir dich wieder sehen. Danke, Nina, danke. Hi, everyone, good bye.